Tele-Stammtisch Hier in Erlangen den internationalen Comics Salon. Doch leider ist die Welt dieses Jahr etwas weniger perfekt als sie sonst ist und aus genau dem Grund wird der Salon in der Form nicht stattfinden können. Aber ich habe heute die Gelegenheit mich mit zwei Personen zu unterhalten, die, also es wäre eine Untertreibung zu sagen, sie sind maßgeblich am Salon beteiligt, weil letztlich sind sie mit die treibenden Kräfte des Salons, die Köpfe und Gesichter des Salons und es ist mir eine wahre Freude heute diese beiden Personen zu begrüßen. Ich begrüße zum einen herzlich den Bodo Bürg, Abteilungsleiter des Kulturreferats der Stadt Erlangen, soweit ich das richtig verstanden habe, und eben auch Festivalleiter des Festivals. Hi! Hallo, grüß dich. Guten Tag. Und an der zweiten Stelle eine Mitarbeiterin von Bodo, die ich vor allem als betreuende Dame der Presse kenne. Hi, Annika Gleuchstein. Hallo. Guten Tag. Habe ich das grob so richtig zusammengefasst, was auch so die, sage ich mal, Zuständigkeiten betrifft? Absolut. Alles richtig und wir müssen ja nicht die genauen Begrifflichkeiten der Erlanger Stadtverwaltung durchexerzieren. Ja, super. Ich freue mich sehr, dass wir das heute besprechen können und dass wir da so eine gemütliche Runde mal zusammengekommen sind an einem sehr schönen, warmen Tag, an dem sich das natürlich super angeboten hätte, so ein Comic-Festival zu veranstalten. Erzählt mal so, wie sind gerade eure Gemütslager, was das Festival und eben auch die Absage betrifft, eure ganz persönliche Gemütslager? Ja, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Also gestern vor allen Dingen um zwölf, wenn es hätte eröffnet werden sollen, da hat man auch nochmal sehr, sehr wehmütig nachgedacht darüber, dass jetzt eigentlich sehr, sehr viele Menschen zusammenkommen würden, die sich sonst auch vielleicht auch nur alle zwei Jahre sehen würden und einfach die Comic-Branche und die Comics feiern würden und das macht schon sehr, sehr wehmütig. Weiteren Mitarbeiter zukommen, die im Zusammenhang mit der Krise stehen und die nächsten Projekte schon wieder, die starten. Insofern gibt es Momente, da ist es schon wieder Vergangenheit. Die Verarbeitung war für uns eher in dem, der Zeitraum natürlich oder besonders schwierig war für mich der Zeitraum, in dem die Entscheidung getroffen werden musste, aber in dem Moment, wo man ein bisschen nachdenken kann oder gestern am Feiertag, wo wir eigentlich ja zwölf Uhr, war schon ein komischer Moment. Der Salon selbst ist ja eines von mehreren Veranstaltungen. Wir haben jetzt vor allem natürlich comic-affine Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht gar nicht so einordnen können. Es ist eines von mehreren Veranstaltungen, die ihr über das Jahr hinweg oder die zwei Jahre hinweg wahrscheinlich verteilt. Ja, also das ist eine Abteilung, die heißt Festivals und Programme im Kulturamt und wir sind annähernd zehn Personen, die hier angestellt sind und wir machen neben dem internationalen Comicsalon, abwechselnd mit dem Comicsalon, ein großes Theaterfestival. Kann ja sagen, hier, die Hörer sehen es nicht, aber du, hier siehst du Fotos von dem Figurentheaterfestival, was wir machen. Dann machen wir jedes Jahr im August das Erlanger Poetenfest, eines der fünf großen deutschen Literaturfestivals. Dann machen wir Konzertreihen, Lesungen übers Jahr hinweg, Kulturpreisverleihungen, haben einen Kulturservice für Schulen und Kitas. Alles, was sonst so an Programmarbeit in dem Kulturamt noch anliegt, macht diese Abteilung. Die Absage des Salons war eigentlich auch schon seit geraumer Zeit absehbar. Sie war eigentlich auch schon zu einem Zeitpunkt eigentlich absehbar, als die offizielle Absage dann auch kam. Wir haben dieses Jahr eine Menge Absagen auch im Bereich der Comic-Events gehabt. Nicht zuletzt die Absage der Buchmesse in Leipzig, auch eine Großveranstaltung, auf die sich viele Kollegen gefreut hatten und die auch relativ kurzfristig dann abgesagt werden musste, hat natürlich die Comicszene, wenn man so will, erschüttert. Und mir ist natürlich jetzt auch wichtig, dass wir so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, was für Auswirkungen, Konsequenzen insbesondere die Absage des Salons hat. Für euch persönlich hatten wir jetzt schon gerade angesprochen, aber was denkt ihr selbst, was hat es für die Stadt für Auswirkungen, für Comicschaffende und für Comiclesende? Da wollen wir einfach nur mal kurz ein bisschen gucken, was so eure persönliche Einschätzung davon ist. Ja, die Stadt selbst investiert natürlich eine Menge Geld in dieses Festival. Also ich habe da immer so Zahlen gehört. Es gibt glaube ich dabei auch öffentliche Zahlen, ob ihr die jetzt wiederholen wollt oder nicht, könnt ihr dann selbst nochmal entscheiden. Aber es fließt viel Geld, es ist vermutlich auch schon eine Menge Geld geflossen. Was für Auswirkungen hat die Absage für die Stadt? Ich fange mal an. Also für die Stadtverwaltung hält sich das trotzdem in Grenzen. Wenn man das ins Verhältnis stellt zu all den Dingen, die durch die Corona-Krise auf so eine Stadtverwaltung zukommen, sind die Ausgaben im Kulturbereich immer noch das geringere Problem. Ansonsten, die Stadt gibt ungefähr eine Million aus für den Salon und natürlich haben wir auch schon einige hunderttausend Euro ausgegeben gehabt, aber es ist uns denke ich gelungen oder gelingt uns gerade, dass viele von den geplanten Dingen nicht einfach nur abgesagt werden, sondern dass sie in anderer Form irgendwie fortgesetzt werden, dass man sie, wir haben Ausstellungen zu einem bestimmten Abschluss gebracht und können die sozusagen auf Eis legen für das nächste Mal. Unsere große Ausstellung zu den feministischen Comics zum Beispiel, die soll zu Ende gebracht werden und auf Wanderschaft geschickt werden. Und so haben wir versucht, wie können wir die Dinge, in die schon viel Arbeitszeit und damit auch Geld geflossen ist und auch die Mitwirkung externer geflossen ist, wie können wir die nicht einfach nur absagen, sondern so fortsetzen, dass das Geld nicht zum Fenster rausgeworfen ist. Ich denke am Ende sind die Summen, die tatsächlich so richtig verloren sind, das sind nur einige zehntausend Euro. Alles andere kann man irgendwie weiterführen, retten, aufs nächste Mal verschieben und so. Also das heißt für die Stadtverwaltung selbst, für die Stadt Erlangen hält sich der Schaden in Grenzen. Für die Stadt als Stadtgesellschaft ist es sicherlich, also natürlich sind das einige tausend Übernachtungen, die der sowieso schon gebeutelten Hotellerie fehlen. Natürlich ist es auch für die Erlanger Gastronomie ein wichtiges Ereignis. Kurz davor ist ja immer die Erlanger Bergkirchweih das große Volksfest-Event in Erlangen. Da kommen einige hunderttausend Menschen nach Erlangen. Also die Kombination, dass beides wegfällt, ist natürlich für die Stadt insgesamt schon ein Schaden. Aber da ist auch wahrscheinlich der Salon im Vergleich zu all den anderen Dingen, die in dem Jahr so passieren, auch nur ein Baustein. Für die Branche müssten wir das so ein bisschen gemeinsam überlegen. Also natürlich haben wir mitbekommen, dass teilweise Bücher geschoben werden. Natürlich glauben wir, dass auch auf dem Salon werden Bücher verkauft oder es wird Büchern eine Bühne geboten, die dann sich in den Verkaufszahlen im Laufe des Jahres auch noch weiter auswirkt. Und unser Eindruck ist schon, dass der Salon wichtig ist, auch für den Comic-Markt. Aber wir überschätzen uns jetzt auch nicht so, dass wir glauben, dass es existenziell ist. Nur die Kombination, wie du schon sagst, der verschiedenen Veranstaltungen, die wegfallen in dem Jahr, da wird es dann, glaube ich, schon insgesamt eng. Aber auch da versuchen wir ja, wir werden ja dann noch ins Gespräch kommen darüber, das eine oder andere, auch andere noch zu tun in dem Jahr für die Comicszene, damit wir das wenigstens ein bisschen auffangen können. Genau, und das muss man wahrscheinlich auch immer je nach Teilprojekt eben anschauen. Also wir hätten zum Beispiel eine große Ausstellung zu kongolesischen Comics geplant. Da ist es natürlich auch so, dass man die große Motivation der Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstler aus dem Kongo jetzt auch nicht einfach abflauen lassen möchte. Und da ist dann jetzt eine Website, ein Blog geplant, der sozusagen die Energie festhalten möchte, bis eben in zwei Jahren es dann diese Ausstellung dann auch hier in Erlangen zu sehen geben wird. Okay, super, optimal. Sie seid auf jeden Fall dran. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen. Dem Grunde nach war eine, weit erneut eine Zeltlösung ja auch Sinn und Zweck. Wie ist eigentlich gerade der Zustand der Max-Lades-Halle? Heißt die Max-Lades-Halle? Heinrich-Lades-Halle. Ja, Heinrich-Lades-Halle. Die war doch auch vor zwei Jahren definitiv noch in der Baustelle. Wie sieht es gerade aus? Wäre die Teil überhaupt Teil der aktuellen Planung gewesen? Sie wäre dieses Jahr wieder fertig gewesen. Also man hätte in die Halle zurückgehen können. Aber der Stadtrat hat ganz bewusst uns den Auftrag gegeben, wieder in Zelte zu gehen, was wir auch gerne umgesetzt hätten. Die Zelte waren bestellt. Und auch, glaube ich, sehr beliebt, wie ich es mitbekommen habe, gerade im Indie-Bereich. Die kleinen Künstler oder eben die Künstlerinnen und Künstler, die da unterwegs sind, die haben das geliebt. Und es wären mehr Zelte gewesen in diesem Jahr. Wir hätten statt, das letzte Mal hatten wir ein großes auf dem Schlossplatz, eines auf dem Hugenottenplatz und eines im Schlossgarten. Der Hugenottenplatz hat sich nicht so bewährt gehabt. Wir hätten in dem Jahr das große natürlich wieder auf dem Schlossplatz gehabt, aber wir hätten drei Zelte im Schlossgarten gehabt, weil wir gerade im Independent-Bereich, diese Kleinaussteller, wie das so ein bisschen respektierlich heißt, mit den Tischen, das hat sich mehr als verdoppelt, die Nachfrage. Also das ist ein boomender Bereich. Und dem hätten wir Rechnung getragen, indem wir, auch wenn das mehr Geld kostet, als wir natürlich mit den Tischen einnehmen können, deswegen hatten wir ein weiteres Zelt geplant. Ja, das glaube ich gerne. Das einzige negative Feedback, von dem so ansonsten durchgängig positiven Feedback, hatte ich bekommen von den Personen, die in diesem, das ist wie so ein Bogen, also auch beim Schlossplatz, die fühlten sich so ein bisschen abgesondert, obwohl sie eigentlich dazugehörten. Deswegen ist das ein Foyer des Schlosses. Das Foyer des Schlosses war das, in dem auch Kleinaussteller waren. Das hätten wir auf, darauf wollten wir eigentlich verzichten in dem Jahr, haben deswegen das weitere Zelt genommen. Dann kamen aber so viele Anfragen, dass wir es doch wieder einbezogen hätten, weil sonst hätten wir absagen müssen, Kleinaussteller, die gern gekommen wären. Aber wir hätten das in dem Jahr ein bisschen anders gemacht. Wir hätten dieses Foyer mehr als eine Passage in den Schlossgarten genutzt und hätten das Zelt, das Schlossplatzzelt auch nach hinten nochmal eine Öffnung gehabt, nicht nur Notausgang, sodass man auch durch das Hauptzelt, durch das Foyer hätte in den Schlossgarten gehen können. Und so hätten wir uns vor, hätten wir gehofft, dass da eine etwas größere Aufmerksamkeit auf den Bereich ist. Wäre gut geworden. Wo wir schon bei dem Thema hätten sind, in diesem Jahr hätten wir auch das ehemalige Landratsamt gehabt. Also wenn man jetzt quasi vor dem Schlossplatzzelt stehen würde, man hätte es im Rücken, dann würde man auf den Marktplatz gucken und dort rechter Hand ist ein grünes Gebäude. Da ist das Landratsamt drin gewesen, das steht dort zurzeit leer. Und das hätten wir eben bespielt mit Ausstellungen, vor allen Dingen mit einem großartigen Kinderprogramm. Und ja, das wäre auch nun mal ein sehr großer Hotspot gewesen. Ein Gebäude ist gut, ein ganzer Gebäudekomplex im Grunde. Eigentlich ein Labyrinth. Wir hätten da ein richtig großes, temporäres Comicmuseum drin eingerichtet mit sechs Ausstellungen und Veranstaltungsräumen für Kinderlieben Comics. Und es hätte sich alles noch stärker um den Schlossplatz herum konzentriert als das letzte Mal. Weil dann wäre das große Zelt, der Schlossgarten, das Palais Stutterheim, also das Kunstpalais mit den Ausstellungen. Und das ehemalige Landratsamt wäre alles da um den Schlossplatz herum gewesen. Es ist zu befürchten oder für die Stadt Erlangen zu hoffen, dass das ehemalige Landratsamt in zwei Jahren nicht mehr leer steht. Okay. Mit dem schönen Brunnen auch in der Mitte, soweit ich es weiß, und dem Discounter, den viele abends nochmal ansteuern. Ja. Ja super. Vielleicht noch kurz, was habt ihr für Feedback bekommen von den Comicschaffenden? Also die Personen, die ja letztlich als kreative Köpfe hier angereist wären, ihre Werke vorgestellt hätten und damit letztlich auch so einen großen Teil der Comicszene repräsentieren. Was für Feedback habt ihr bekommen von den Comicschaffenden zur Absage? Also ich glaube, daraus lässt sich ablesen, natürlich auch die finanziellen und die wirtschaftlichen Verluste, aber dass eigentlich wahrscheinlich die Bedeutung des Salons vielmehr noch im Ideellen liegt. Dass das einfach für all die Menschen, die in dieser Branche tätig sind und wir wissen ja, dass man da nicht viel Geld verdienen kann, dass die wenigsten, sagen wir mal so, die wenigsten da viel Geld verdienen können dass man von, dass es immer noch, auch wenn unter uns inzwischen klar ist, dass Comic eine ernsthafte Kunstform ist, dass man sich trotzdem immer noch erklären muss in der Öffentlichkeit, wenn man sich für Comics interessiert oder gar das als Berufsfeld hat. Ach, davon kann man leben. Machen Sie das beruflich und so weiter. Der Klassiker. Genau, dass das einfach was bedeutet, wenn man dann mal alle zwei Jahre unter Gleichgesinnten ist, merkt, dass es da einige zehntausend Menschen gibt, die sich dafür auch interessieren, denen das auch wichtig ist, sieht, dass es eine Stadt gibt, der das wichtig ist, sieht, dass da plötzlich die Medien kommen und eine Medienaufmerksamkeit da ist, dass die Leute einfach eine große Motivation mitnehmen, Wind, Rückenwind für die nächsten zwei Jahre wieder einem relativ harten Job zu arbeiten und das ist glaube ich und das ist das, was ich auch so aus den Feedbacks rausgehört habe, eigentlich wahrscheinlich der größte Verlust. Das auf jeden Fall. Wir haben sehr frühzeitig alle Aussteller ins Boot genommen und regelmäßig abgedatet, wie der Stand der Dinge ist, dass wir auch nur auf Sicht fahren können und ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch, wo klar war, dass dieser Juni-Termin nicht mehr zu halten ist, aber wir eben an einer Lösung, an einem Alternativtermin im Herbst gearbeitet haben, dass wir dann auch gesagt haben, bitte investiert auch kein Geld mehr in den Juni-Termin, wir gucken jetzt, dass das im Herbst möglich ist und als dann eben von der Politik kam, dass eben Großveranstaltungen bis 31. August auf jeden Fall verboten sind, war dann auch klar, dass es unseriös ist, dann Ende September den Alternativtermin anzusetzen. Okay, also kein Ersatztermin 2021, also schon mal eine Frage, die wir auch wegnehmen können. 2020, wir haben ja jetzt noch über dieses Jahr gesprochen. 2020, genau. Und über 2021 können wir natürlich sprechen, wie vorhin eben Bodo Birk erwähnt hat, veranstalten wir in diesen Zwischenjahren, wenn nicht Salon ist, das Internationale Figuren-Theater-Festival, was wir zusammen mit den Städten Fürth, Nürnberg und Schwabach machen. Also dieses Festival findet in vier Städten statt und da kann man natürlich auch nicht einfach sagen, als Stadt Erlangen, naja, dann tauschen wir jetzt einfach mal die Festivals. Also das ist jetzt nicht so einfach. Da sind natürlich Theater gebucht in den anderen Städten und so. Außerdem hat sich Nürnberg als Kulturhauptstadt Europas für 2025 beworben und ist auch in der Finalrunde und da spielt dieses große Theaterfestival auch eine wichtige Rolle in der Bewerbung und wenn wir den Rhythmus ändern würden mit dem Figuren-Theater-Festival, dann wäre in dem 2025, in dem Kulturhauptstadtjahr, dann ein Comicsalon und kein Figuren-Theater-Festival und der Comicsalon ist eben eine Erlanger und keine Nürnberger Veranstaltung. Also so kommen eben viele Dinge zusammen, abgesehen davon, dass es eben auch noch das Comic-Fest in München gibt und da sagen zu einigen, na gut, das ist klein und sollte man jetzt nicht unbedingt Rücksicht drauf nehmen, aber so klein ist es inzwischen auch nicht mehr. Es ist auch, es ist wahrscheinlich das zweitgrößte Comic-Festival in Deutschland und hat sich ja enorm entwickelt, auch mit dem neuen Standort, mit der alten Kongresshalle und so und sind ja auch auf diesem Termin und der ist auch gebucht und geblockt, die können das auch nicht mehr so einfach verschieben. Also nach wirklich langen Überlegungen mussten wir einsehen, dass das am Ende keinen Sinn macht, da irgendwelche dann kleineren irgendwelche Ersatzereignisse zu schaffen, weil der Salon hat schon so eine kritische Größe. Es muss sich ja auch lohnen, hier anzureisen für mehrere Tage und das ist ja überhaupt etwas, was für gerade für Veranstaltungen, wo Messen im Mittelpunkt stehen, was Wichtiges ist, ansonsten würden wir ja immer sagen als Kulturveranstalter, dass es uns, dass Größe, Quantität, Besucherzahlen nicht so wichtig sind. Für Messen sind sie natürlich wichtig, weil ja die Aussteller viel Geld investieren und das tun sie, weil sie viele Menschen erreichen. Und das ist ja jetzt das Desaster der Frankfurter Buchmesse. Wie wird die aussehen als ein kleines Event, wo ein Großteil der wichtigen Verlage fehlt? Was bringt es dann für die noch, die noch hingehen, wenn die dann vielleicht auch gar nicht mehr das Publikum erreichen, was sie sonst mit einem Messeauftritt erreichen würden? Die Synergieeffekte sind einfach weg. Wir sind sehr gespannt darauf, ob die Frankfurter Buchmesse tatsächlich stattfinden wird. Auch zu diesem Feedback oder zum Kontakt, den ihr zu den Ausstellern quasi hatte, dass ihr sie vorzeitig offen und ehrlich über die Situation im Ist-Zustand informiert habt, das war auch mal Eindruck. Da gab es dann vertrauliche E-Mails, die rausgeschickt worden sind und das war, glaube ich, kam sehr gut an bei denen soweit, dass eben auch klar war, wie sie sich finanziell vielleicht auch zu positionieren haben. Das also vielleicht erst mal zur Ist-Situation und dazu, wie quasi so der aktuelle Momentaufnahme ist und natürlich gab es eine Menge Veränderungen. Es gibt Dinge, die werden weiterhin stattfinden. Unter anderem wird auch der Max- und Moritz-Preis 2020 verliehen. Da kann man schon teilweise ganz tolle Fotos sehen, wie er schön auf Abstand in der Jury sitzt. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was dazu erzählen. Wie wird dieses Jahr der Max- und Moritz-Preis aussehen? Ja, also die Jury hat sich Anfang Juni getroffen und die Nominierten und auch natürlich die Preisträgerinnen und Preisträgern festgelegt. Wir werden die Nominierten Ende Juni bekannt geben und die Preisträgerinnen und Preisträger werden dann zum Auftakt des digitalen Salons, über den wir bestimmt gleich sprechen werden, werden die dann bekannt gegeben. Aber das wird natürlich keine Veranstaltung geben zur Bekanntgabe, sondern das wird natürlich auch nur online stattfinden. Also es wird keine Gala geben im engeren Sinne. Also kein Videostream ins Internet, wo man… Wir werden ein Video ins Netz stellen, so wie es aussieht, aber wir werden keine Gala nachspielen mit heller Fussinn und Christian Gasser auf der Bühne des Markenhafenteaters und so und Gäste einladen, sondern das wird halt ein Film produziert werden dafür. Ansonsten läuft er mehr oder weniger so ab wie immer, nur dass er sich eben ein bisschen verzögert hat. Wir… Normalerweise hätte die Jury ja schon im März getagt, wenn der Salon jetzt stattgefunden hätte und im März ging ja gar nichts. Da wäre es völlig undenkbar gewesen, eine Sitzung durchzuführen. Da hätte man das dann irgendwie mit einer Video… mit einer Videokonferenz oder per E-Mail-Abstimmung oder sowas machen müssen. Und wie man ja auf den Fotos sieht, sitzen wir da ja wirklich zwei Tage zusammen und arbeiten richtig. Und uns war das eben ganz, ganz wichtig, dass es… Also wir glauben, dass in dieser Art und Weise, wie diese Jury zwei Tage lang tagt und über die Comics spricht, dass da eine große Qualität drin liegt. Und deswegen war es uns eben wichtig, dass wir uns treffen können und deswegen haben wir das nach hinten verschoben. Dadurch konnten auch nochmal ein paar Titel nachgereicht werden an Erscheinungen, die zu der ursprünglichen Sitzung noch nicht da gewesen wären. und jetzt werden wir in, wann haben wir gesagt, in 14 Tagen, in einer Woche, in 10 Tagen… Genau, also der 26. Genau, ist angepeilt. Die Nominierten bekannt geben. Mit Pressemitteilung und auf unserer Website und wie immer. Das Prozede ist ja erstmal, dass die Verlage quasi uns auch erstmal natürlich Material liefern mit Pressebildern und die Jury natürlich auch noch Texte schreibt, die man veröffentlichen kann. Wenn es klappt, werden wir diesmal zum ersten Mal kleine Filmchen produzieren für jeden Nominierten. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit, der Max- und Moritz-Preis ist im Grunde ein ganz schön organisatorisches Großprojekt inzwischen auch geworden und wir haben uns bestimmte, und das muss halt immer neben dem Salon noch so her erledigt werden und wir haben die Gelegenheit genutzt in diesem Jahr ein bisschen mehr Zeit in den Max- und Moritz-Preis investieren zu können. Wir entwickeln gerade mit unserer Werbeagentur ein Logo extra für den Max- und Moritz-Preis, damit dann auch die Verlage die Möglichkeit haben, Wignetten oder Dinge abzudrucken in den Büchern, die ausgezeichnet worden sind. Wir wollen eben die Vorstellung der Nominierten etwas aufwerten, indem wir kleine Filmchen, kleinen Trailer zu den Nominierten Titeln machen. Es wird im Buchreport, der für den Buchhandel sehr wichtig ist, wird es eine Doppelseite über den Max- und Moritz-Preis geben. Wir schalten ein paar Anzeigen nur für den Max- und Moritz-Preis, was wir sonst nicht gemacht haben. Also wir versuchen, den Preis in einer nicht so comic-affinen, eher literaturinteressierten Öffentlichkeit noch bekannter zu machen. Man könnte damit neue Zielgruppen zu erschließen, denn die Comic-Leute kennen es bereits. Genau. Vielleicht, du bist ja auch Mitglied dieser Jury, soweit ich das gesehen habe und gelesen habe. Wie viele Comics musst du lesen? Also es sind rund 300 Comics eingereicht und die Jury liest die wirklich. Wow. Also die Leseexemplare werden hierher geschickt und jede Woche geht ein Umzugskarton an jeden Juror per Post raus mit den Leseexemplaren. Ich gebe ganz offen hier zu, dass mir beim Lesen meine Kolleginnen und Kollegen ein bisschen helfen und mir nochmal besondere Hinweise geben. Ich sehe mich auch etwas weniger wie die anderen als Experte in der Jury, sondern mehr als ein Vertreter des Salons und des Salonteams in der Jury. Insofern ist das, denke ich, legitim. Aber die anderen Juroren, ich bin jedes Mal erstaunt in den Sitzungen, die ziehen das wirklich durch und lesen das alles von vorne bis hinten und ich auch ein Großteil. Also die Dinge, zum Glück, über die dann ernsthaft gesprochen wurde, hatte ich auch alle gelesen. Wobei man ja sagen muss, die machen das ja auch alle quasi das ganze Jahr über beruflich. Viele von ihnen, genau. Also viele müssen das ja sowieso für ihre Rezensionen lesen. Ist es eigentlich eine ehrenamtliche Tätigkeit, diese Jurymitgliedschaft? Mehr oder weniger. Also es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung. Wir sagen immer, es reicht dazu, sich die eine oder andere Flasche mittelguten Wein zu kaufen, während man es liest. aber es steht in keinem Verhältnis zu dem Arbeitsaufwand, der dahinter steckt. Kann ich mir schon vorstellen. Klar, ist vielleicht auch gut für die heimische Bibliothek, aber das ist wahrscheinlich nicht die Hauptmotivation für die meisten dahinter. Das sind ja alles Leute, die das auch so kriegen. Ja, genau. Muss man auch sagen. Ich würde gerne noch eine andere Preisverleihung natürlich auch thematisieren wollen und das kann man an der Stelle auch mal sagen, vor unserem heutigen Gespräch habe ich online in den Social Media Plattformen meine Hörenden gebeten, uns einfach mal so ein paar Fragen zu stellen, die ich heute mitgebracht habe und ein großer Schwerpunkt ist natürlich auch die Preisverleihung des E-Com-Preises. Der E-Com, vielleicht für die Leute, die das draußen nicht kennen, ist ein Verein in Deutschland, der sich in dem Fall mit der Interessenvertretung von deutschen Indie-Comics beschäftigt, soweit ich das verstehe und der E-Com und insbesondere auch sein Vorsitzender warnt mich ganz unumstritten, wiefern seid ihr überhaupt mit dieser E-Com-Preisverleihung verbandelt? Was habt ihr damit zu tun? Also da muss man ein bisschen ausholen. Der E-Com, das heißt Interessensverband Comic, den gibt es schon länger als den Salon. Das sind im Grunde die Pioniere des Comics in Deutschland gewesen. Als Anfang der 80er Jahre Erwachsenen-Comic in Deutschland wichtig wurde, waren alle Leute, war der E-Com die Interessensvertretung, die das vorangebracht hat und der E-Com, die Stadt Erlangen und der Comicsalon ist mit dem E-Com historisch verbunden, weil der E-Com am Anfang mitveranstalter des Comicsalons gewesen ist. Das Verhältnis, das ist auch nicht geheim, das Verhältnis hat sich etwas abgekühlt über die Jahre. Der E-Com ist der Auffassung, dass seiner entscheidenden Geburtshelferrolle nicht ausreichend Rechnung getragen wird heutzutage, weil er sagt, die E-Com sagt, oder was heißt der E-Com, also ja, Mitglieder des E-Com sagen, ohne den E-Com gäbe es den Salon nicht. Da gibt es gar keinen Zweifel daran, ohne die Stadt Erlangen allerdings auch nicht, muss man auch sagen, natürlich so und wenn es damals nicht einen visionären Kulturamtsleiter gegeben hätte, der diesen Impuls aus der Szene und vom E-Com aufgegriffen und daraus eine professionelle Veranstaltung gemacht hätte, dann gäbe es ihn sicherlich heute auch nicht. Aber deswegen ist das Verhältnis, also auch meines Vorgängers, Karl Manfred Fischer, der den Salon gegründet hat, hatte sich dann ziemlich stark überworfen mit dem E-Com und wir haben dann versucht, bei einem abgekühlten Verhältnis aber trotzdem wieder zu einer Form der Zusammenarbeit zu finden. Ansonsten gibt es keine großen Schnittmengen mehr zwischen E-Com. Es gibt diese historische Verbundenheit und die Tatsache, dass eben auf der E-Com verleiht eben jedes Jahr diesen E-Com Independent Comic Preis. Der E-Com selber ist nicht nur für Independent Leute, aber der Preis ist eben für Independent Comics und der wird jedes zweite Jahr eben den Erlangen verliehen. So, und das ist im Grunde die einzige Verbindung, die es bei uns inhaltlich noch gegeben hat und gibt. Und in diesem Jahr ist es eben so gewesen, dass, wir haben das natürlich 2018 auch mitverfolgt, die Debatte, die es damals gegeben hat, und es geht ja auch im Grunde weniger, es ging ja damals auch im Grunde weniger um den Sachverhalt an sich, ob jetzt die Jury gendermäßig korrekt besetzt ist oder nicht, sondern eigentlich vielmehr um den Umgang mit der Diskussion darüber. Und das haben wir natürlich auch mitbekommen, dass das unglücklich gelaufen ist und dass das zweifellos auch, ohne dass ich da jetzt nicht drüber groß erheben will, aber zweifellos auch vom E-Com Vorstand unglücklich kommuniziert worden ist. Ich glaube so weit kann man sich festlegen, ohne jemandem zu nahe zu treten. So, in dem Jahr kam eben der Martin Jürger, der jetzt vom E-Com den Auftrag bekommen hat, von den E-Com-Mitgliedern den Auftrag bekommen hat, den E-Com-Preis neu aufzusetzen, kam auf uns zu und hat uns glaubwürdig deutlich gemacht, dass es da einen klaren Schnitt gibt, dass der E-Com daraus gelernt, die E-Com-Mitgliedschaft daraus gelernt hat, dass sie den Preis neu orientieren wollen, inhaltlich neu orientieren wollen, weil zu der Zeit, noch vor einigen Jahren, waren natürlich Verlage, also natürlich sind auch die Verlage, die wir jetzt als größere Comic-Verlage wahrnehmen, wie der Avant-Verlag, wie Reprodukt, wie die Edition Moderne und so, das sind natürlich auch Independent-Verlage eigentlich im Verhältnis zu den Großverlagen der Welt, aber die sind ja inzwischen eigentlich etablierte Verlage und spielen ja auch beim Max- und Moritz-Preis eine wesentliche Rolle und deswegen haben sich die E-Com-Mitglieder überlegt, dass es doch jetzt richtig und gut und zeitgemäß wäre, den Independent-Begriff noch einmal neu zu definieren und zu sagen, es geht wirklich um kleine und Kleinstverlage, um Self-Publisher und um wirklich die kleinen Unabhängigen, die bei uns mit den Tischen als Kleinaussteller beim Salon sind und insofern dann der E-Com-Preis auch sich wieder stärker abgrenzen würde vom Max- und Moritz-Preis und dann kam eben der Martin Jürgert mit dem Auftrag aus der Mitgliedschaft des E-Coms auf uns zu und hat gesagt, Mensch, bei euch spielen die Kleinaussteller jetzt so eine große Rolle und wir wollen einen Preis machen, der diese Kleinaussteller, diese Self-Publisher in den Mittelpunkt stellt und das sind ja die, die in diesem Jahr besonders zu leiden haben, weil deren einzige Auftrittsmöglichkeit sind Veranstaltungen und Festivals. Die haben keine Webshops, die sind nicht in den professionellen Comicvertrieben drin und so eine, deren Möglichkeit, Dinge zu verkaufen, aber auch in Erscheinung zu treten, sind Veranstaltungen und Festivals und ob wir nicht das unterstützen wollen, dass der E-Com diesen Leuten, für die wir eben auch keine Veranstaltungen in dem Jahr anbieten können, einen Preis ausrichtet und nachdem unser Verhältnis zum E-Com sowieso ein etwas nicht ganz Unkompliziertes ist und wir auch die Debatte von 2018 und den Umgang miteinander nicht vergessen hatten, haben wir gesagt, wir sind da vorsichtig und zurückhaltend, wir wollen nicht den E-Com-Preis oder den E-Com selber unterstützen und dann war die Konstruktion, die wir eigentlich klug fanden zu sagen, wir stellen ein Budget zur Verfügung, dass die E-Com-Jury sich die Leseexemplare kaufen kann und nicht Freiexemplare zur Verfügung gestellt werden müssen, um so wieder einen kleinen Baustein zu leisten, die Comicszene in dem Jahr ein bisschen zu unterstützen und das ist die Form der Kooperation, die wir mit dem E-Com eingegangen sind und das ist der Hintergrund, warum das zustande kam und ich war etwas überrascht, dass das jetzt auch deutlich kritisiert wurde und bin froh, das nochmal erklären zu dürfen, aber das ist die Motivation, die dahinter steckt und die würde ich auch, das bereue ich auch nach wie vor nicht. Das ist keine Positionierung zu dieser Debatte, schon gar nicht eine positive oder eine Akzeptanz der Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist, aber wir sind auch zurückhaltend, uns zu sehr darüber zu erheben, weil man muss sagen, auch die Max- und Moritz-Jury hat lange Zeit gebraucht oder wir haben lange Zeit gebraucht, um eine gendergerechte Besetzung der Max- und Moritz-Jury hinzubekommen, in diesem Jahr waren es mehr Frauen als Männer und divers im anspruchsvollen Sinn ist die Jury mit, ich hoffe, ich trete keiner und keiner zu nahe, aber mit wahrscheinlich alles weiß über 40, also divers ist sie auch noch nicht. Also insofern würde ich, sind wir vorsichtig, uns da über irgendwas zu erheben, aber die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wurde oder wie auch der ICOM-Vorstand, da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, der ICOM, das sind ja viele Mitglieder und da sind ja ganz viele Leute auch Mitglied, die das auch nicht gut fanden, wie der ICOM-Vorstand. Die den ICOM dann auch verlassen haben. Teilweise verlassen haben, teilweise auch noch drin sind, weil sie sagen, das ist ja ein wichtiger Verband mit großen Verdiensten, den man weiter unterstützen möchte. Also ich denke, zu kritisieren ist der Umgang des ICOM-Vorstandes mit der Kritik vor zwei Jahren. Jetzt habe ich ganz schön viel drüber geredet, aber es ist auch erklärungsbedürftig. Und mir auch sehr wichtig, dass ihr das tun könnt, weil ich natürlich diesen Gräben, die ich da wahrnehme, als, wie ich finde, so eher Außenstehender, die sind schon ziemlich tief. Wir haben eben hier auch verschiedene Fragen von verschiedenen Leuten, die gar nicht mal nur die Besetzung der eigentlichen Jury kritisieren, sondern wie du bereits anmerktest, das war ein Thema, okay, das ist halt so gelaufen. Ja gut, da kann der ICOM sich positionieren, wie er möchte. Aber gerade der folgende Umgang, insbesondere das Vorwort des Comicjahrbuches, das dann erschienen ist, in dem der Vorsitzende Burkhard Imer heißt ja und ich glaube auch der Stefan Pannoy, die beide sind da wohl mitverantwortlich oder Texte dieses Vorwortes gewesen, ist sehr negativ aufgeschlagen. Ich möchte hier gerne einfach mir mal rausnehmen, zum einen eben von Jörg Fassbender und auch von der lieben Schlogger, Araka, Joschi Baumann einfach mal die Fragen zu formulieren, die das natürlich auch deutlicher formulieren, was da an Vorwürfen im Raum steht und diese Gräben auch ein bisschen klarer machen. Jörg Fassbender fragt exemplarisch, ich kann dich gerne mal fragen, wie es dazu kommt, dass der Comicsalon einen Verein unterstützt, der 2019 ein Jahrbuch herausgegeben hat und seines Wissens auch weiterhin vertreibt, dessen Vorwort mit Harassment, Misogynie, also Hass gegen Frauen und Verleumdung wegen einer persönlichen Rache-Kampagne durchgesetzt hat und er bittet darum, deutlich zu trennen, dass man jetzt Indies unterstützen möchte. Es geht um die Message, die man damit sendet, dass dieses Verhalten des Vereins, den es ja eben über dieses Jahrbuch heraus auch noch gibt und des Vorsitzenden einfach, dass man das damit billigt. Und Schlogger fragt, also Joschi Baumann fragt im gleichen Atemzug dann auch, wie ihr euch generell dazu entschieden habt, den E-Kommens zu unterstützen, obwohl die Verantwortlichen teilweise in Druckpublikationen rufen Morden, sexistisch und teilweise rassistisch, ohne das irgendwie schlimm zu finden, sich als Opfer selber, als Opfer darzustellen, wie man das quasi verantworten kann. Diese Gräben sind also offensichtlich sehr tief, man formuliert ja sehr deutliche Vorwürfe und da fühlt sich vielleicht scheinbar die ein oder andere Person, die zur Zielgruppe dieses Indie-Comic-Preises gehört, einfach nicht mehr weder vom Preis noch vom Verein vertreten und auch ein bisschen verraten vom Comic-Salon. Das ist so mein Eindruck, den ich von diesen Fragen habe, die wirklich an verschiedenen Stellen, auch von, keine Ahnung, Sarah Burini zum Beispiel, einer Max- und Moritz-Preisträgerin formuliert worden sind. Habt ihr da vielleicht noch... Auch eine E-Komm-Preisträgerin. E-Komm-Preisträgerin, ja. Das sind ja auch viele dabei. Natürlich. Ja, da gab es eben einfach wirklich einen deutlichen Bruch und ich finde das als ein, als die Kolleginnen und Kollegen das als ein Verrat wahrnehmen würden. Wie ist so euer Eindruck? Was sagt ihr dazu? Ich habe der, so viel kann man glaube ich sagen, dass ich der Sarah Burini, weil wir kennen uns ja ein bisschen, nicht auf Social Media geantwortet habe, aber wir im E-Mail-Austausch darüber sind. Wir haben gedacht, dass die Konstruktion oder dass wir deutlich machen, dass wir die Independence damit fördern wollen und nicht den E-Com direkt. Das ist offenbar nicht deutlich genug geworden. Das muss man klar sagen. Wir haben das unterschätzt. Vor zwei, im letzten Jahr, nicht in Erlangen, sondern in München wahrscheinlich, ist der E-Komm-Preis vollkommen geräuschlos vergeben worden. Absolut geräuschlos. Es war kein Mensch bei der Preisverleihung. Und es hat sich auch keiner mehr darüber aufgeregt. Und ich bin ein bisschen überrascht darüber, dass man die Art und Weise, wie wir jetzt versuchen, da zu unterstützen, diesen Neuanfang, dass das so interpretiert wird, dass wir das irgendwie akzeptieren oder gutheißen, was damals in dem E-Com-Jahrbuch gestanden ist. Kann man nur sagen, dann ist es offensichtlich nicht gut genug von uns kommuniziert worden. Unsere Motivation, die da dahinter steckt, wir haben zu der anderen Seite des Grabens, zur Comic Solidarity und zum Ginkgo ein viel, viel engeres und besseres Verhältnis, als wir es zum E-Com haben und werden auch in diesem Jahr mit dem Ginkgo-Preis unterstützen, sind auch im Kontakt schon mit der Comic Solidarity über Aktivitäten beim digitalen Salon. Also insofern, eine Positionierung zum E-Com hin ist damit nicht gemeint gewesen und auch nicht verbunden. Aber eben schon auch eine Verantwortung oder eine Haltung gegenüber einem Verein und einer Mitgliedschaft, den es viel länger gibt und der ganz andere Verdienste hat, was jetzt auch nicht alles durch das problematische Verhalten einzelner Personen vor zwei Jahren überdeckt werden darf. Und es muss vielleicht, wir haben im Team uns lang drüber unterhalten, weil wir natürlich auch erschrocken waren darüber, dass sich einige, wie du sagst, jetzt von uns ein bisschen verraten und verkauft fühlen. Ich finde das eine richtige Darstellungsweise, so wird es offenbar teilweise empfunden. Da haben wir im Team länger drüber gesprochen, weil uns das ziemlich beschäftigt. Letzte Woche haben wir da eine ganze Weile im ganzen großen Team drüber gesprochen und haben gesagt, es wird wohl zu unseren Aufgaben gehören oder wir fühlen uns dafür, in irgendeiner Weise mitverantwortlich, dass wir diese Gräben auch wieder irgendwie überwinden. Weil der Comic-Salon ist die Veranstaltung, die versucht, alle und alles zusammenzuführen, von Manga zu den Franco-Belgiern, von den Superhelden bis zu den Graphic-Novels, von den Indies bis zu den kommerziellen Verlagen. Und dass sich ausgerechnet die Independence-Szene so auseinanderdividiert, das ist eigentlich natürlich überhaupt gar keine gute Entwicklung für niemanden der beiden Seiten. und wir werden versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, da eine gewisse, Versöhnung ist ein großes Wort, ja, aber einen gewissen Austausch, das Gespräch wieder möglich zu machen über die Dinge, weil im Moment ist ja ein Gespräch gar nicht mehr möglich. Vielleicht können wir das auch beim digitalen Salon oder bei anderen Veranstaltungen in Zukunft mal thematisieren und miteinander aufarbeiten. Also verstehe ich euch richtig, der Ecom ist mehr als seine aktuellen Köpfe und ihr distanziert euch aber von diesen Aussagen, die da vielleicht geschehen sind, die da definitiv geschehen sind und ihr habt eher den Ansatz, die Indies-Szene im Grunde nach zu unterstützen, deswegen auch zum Beispiel mit der Finanzierung und im gleichen Atemzug wird aber auch der neu gegründete Ginkgo Award ja auch von euch unterstützt, der, wenn man so will, die andere Seite des Grabens darstellt. Ja, schöner kann man es gar nicht zusammenfassen. Danke. Sehr gut. Super. Ich meine, die Vorwürfe im Einzelnen, man müsste jetzt, also du hast vollkommen recht, wir distanzieren uns klar von dem, was da in dem Ecom-Jahrbuch gestanden hat. Ob die Vorwürfe jetzt im Einzelnen, die du vorgelesen hast, da müsste man sich jetzt das Vorwort hernehmen. Okay, ja klar. Also die handelnden Personen sind auch wieder unterschiedliche und ob alle Vorwürfe so haltbar sind in der Art und Weise, also das ist jetzt einfach zu sagen, wir distanzieren uns und das ist alles richtig, was die Kritiker da sagen. Man müsste den Text hernehmen und im Einzelnen analysieren, aber im Großen und Ganzen sind die Vorwürfe gegenüber diesem Vorwort richtig, im Großen und Ganzen und man muss sich davon distanzieren, von der Art und Weise, auch wie mit Einzelmenschen. Also ich denke, es ist hier ja auch wichtig genannt zu werden als Person immer wieder, es geht ja um die Eve Jay, die da aus der Jury dann ausgetreten ist, weil sie das nicht richtig fand, wie sie besetzt ist und vor allem, wie mit ihrer Kritik umgegangen wurde und das ist ganz bestimmt richtig zu sagen, so kann man mit jemandem nicht umgehen, wie mit ihr umgegangen wurde. Dazu vielen Dank, ich vermute mal, das ist so ein Thema, das könnte man noch stundenlang diskutieren, man wäre nicht am Ende, da sind wir glaube ich allesamt auch zu sehr außenstehend, als dass man dazu sehr ins Detail gehen könnte, aber ich finde es super, dass ihr das auch so klar formuliert und die Distanzierung da zumindest erkennbar ist. Genau, super, da kommen wir nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, bevor wir uns dem großen Thema widmen. Was ist denn dieses Zeichnen aus dem Homeoffice gewesen? Könnt ihr das mal kurz für uns erläutern, was war das denn? Ich habe da so viele tolle Zeichnungen gesehen. Ja, das war ein Projekt, was wir vom 30. März bis 31. Mai gemacht haben und zwar war das eine Reaktion eben auf den Lockdown und da haben wir uns überlegt, dass wir befreundete Comiczeichnerinnen und Zeichner fragen, wie es ihnen denn jetzt gerade so geht und haben dann jeden Tag eine Zeichnung veröffentlicht auf unserer Website und da sind ganz viele tolle verschiedene Sichtweisen auf die derzeitige Situation zusammengekommen. Und haben insgesamt 63 Künstlerinnen und Künstler gehabt und haben das dann eben auf unserer Website publiziert und auf Instagram. Und ja, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, eben diese verschiedenen Sichtweisen auch zu sehen und wie die Künstlerinnen und Künstler im Homeoffice eben arbeiten, dass bei manchen eigentlich alles ist wie immer und bei manchen eben, ja, das Leben total auf den Kopf gestellt ist. Und dann auch zu sehen, eben ja, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Homeschooling, Homeoffice und ja, es war auch wie eine Art Adventskalender, dass man eben auch gemerkt hat, die Szene freut sich, dass eben jeden Tag was Neues kommt und man nicht wusste natürlich, wer ist eben am nächsten Tag dran. Was wird man zu sehen bekommen? Wussten untereinander auch nicht. Wussten die jeweiligen Personen, wann sie veröffentlicht werden? Genau, also Bodo und ich haben eben das Projekt zusammen gemacht und haben die Künstlerinnen und Künstler ausgewählt und im Prinzip wusste nur derjenige, der am nächsten Tag dran ist, dass er veröffentlicht wird. Aber die hatten natürlich feste Termine und haben sich auch brav dran gehalten. Ja, ja. Ihr habt das Thema vorgegeben und dann haben die machen, tun lassen können, was sie wollten. Und was die Annika vornehm verschweigt und ich jetzt mal nicht so vornehm bin, ist, die haben natürlich auch Honorar dafür bekommen. Ja, und das war auch eine Motivation für uns. Zum einen natürlich in der Zeit, in der ja wirklich Kontaktsperre ausgehen, Haus, Wohnung verlassen, nur mit triftigen Grund und so war, ging es natürlich auch darum, etwas zu Hause den Leuten anzubieten, worum man Spaß hat oder womit man sich beschäftigt. Ist ja nicht nur Spaß gewesen, waren ja auch ernste Comics dabei gewesen, aber es ging uns auch darum, einen kleinen Beitrag zu leisten zum Lebensunterhalt der Künstlerinnen und Künstler, die in der Zeit ja auch keine Lesungen machen konnten, keine Veranstaltungen, keine Signierstunden und so weiter. Super, Auftragsarbeiten sind, glaube ich, immer sehr gern gesehene Arbeiten. Also ich würde vermuten, das war auch ein super Feedback von der, gerade bei Instagram oder so, ich kann mir vorstellen, dass es eine erhöhte Anzahl an Likes gegeben hat. Ja, es kam sehr, sehr gut an und das ist natürlich auch weiterhin online sichtbar. Also auf unserer Website kommt man direkt über eine der Kacheln dann auf die Unterseite. Ja, quasi eine dauerhafte digitale Ausstellung. Quasi, so könnte man das sagen. Und vielleicht ist es auch nicht der letzte Comic-Blog, den wir gemacht haben. Jetzt haben wir es, jetzt war die Zeit über diese Lockdown-Themen und das Homeoffice war dann ein bisschen, merkte man, war so ein bisschen dann schon Vergangenheit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir sowas zu einem anderen Thema auch mal wieder machen. Ja, gerade diesen Blog, wir hatten ja von einem Blog von Kongo, glaube ich. Also auf jeden Fall viel online am Start und das ist eigentlich auch das nächste große Thema, auf das wir zu sprechen kommen, denn mir wurde unter anderem von Maxi G. Berser auch mal eine Frage gestellt, die quasi jetzt die Tage auch offiziell ist. Nämlich, er fragt gezielt, was ist für die Online-Version des Comics-Salons geplant? Fragezeichen. Wird es online gestellt? Fragezeichen. Wie lange ist es verfügbar? Wer kann daran teilnehmen? Das zu einem Zeitpunkt, wo ihr noch nicht veröffentlicht hattet, dass es unter dem Hashtag CSE Digital irgendwas Neues im Internet geben wird? Erzählt mal, was wird das? Was kommt da auf uns zu? Ja, ab 10. Juli wird es den digitalen Comics-Salon geben und zwar ist es eine neue Social-Media-Plattform, die online gehen wird. Und zwar ganz wichtig, dass wir nicht so ein kurzlebiges Online-Event haben, was dann relativ schnell verpufft. Da gibt es ja gerade viele Formate, was dann auch irgendwann ja, wie soll man sagen, dann auch irgendwann langweilt irgendwie. Und wir wollten etwas Langlebiges auf die Beine stellen und haben auch festgestellt, dass es sowas noch gar nicht gibt für die Comics-Szene. Ein Bereich, wo man sich dann tummeln kann und Themen eben gesammelt werden. Das heißt also, vereinfacht gesagt, wenn man dann diesen Hashtag benutzt, CSE Digital laufen dann da von verschiedenen Social-Media-Netzwerken die Posts ein auf einer Social-Media-Wall, die man sich dann angucken kann. Also es sammelt dann die Beiträge zum Beispiel von Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube und so weiter, die üblichen Verdächtigen, dann ein. Das heißt, wir haben ja mindestens drei große Social-Media-Plattformen, das sind Facebook, Twitter, Instagram. Alle drei sind Hashtag-fähig, auch wenn Facebook das, glaube ich, erst so langsam, aber sicher etabliert. Und dann gibt Dinge online. Es ist ein Newsfeed aus verschiedenen Beiträgen, habe ich mir das so vorzustellen. Sind da eigene, auch originäre Beiträge von euch dabei oder von Künstlerinnen und Künstlern dabei? Wie stellt ihr euch das vor? Genau, das wird alles eben unter diesem Hashtag dort gesammelt. Und wir können aber auch zum Beispiel eigene Beiträge oder auch zum Beispiel Webseiten dort dann einbinden. Also man muss sich das vorstellen, dass da so verschiedene Kacheln dann sind. Und dann kann man die natürlich dann jeweils einzeln anklicken und landet dann beim Originalbeitrag, der dort dann eingeflossen ist. Da gibt es natürlich zu jeder Social-Media-Plattform dann wieder eigene Spezifika. Also wenn man jetzt einfach mal zum Beispiel Facebook hernimmt. Und wir haben jetzt auch beim Beschäftigen damit festgestellt, dass die Datenschutzrichtlinien doch besser sind, als man allgemein so annimmt. Bei Facebook ist es zum Beispiel so, dass es nicht einfach funktioniert, diesen Hashtag zu benutzen, sondern man muss uns als Comicsalon markieren. Und daraufhin können wir diesen Post dann teilen. Und dann erscheint er auf dieser Social-Media-Plattform. Das ist sozusagen die kompliziertere Variante. Bei Instagram zum Beispiel muss man einfach nur das Bild mit uns markieren und dann wird der Post ausgespielt. Und bei Twitter eben einfach den Hashtag benutzen, genauso wie bei YouTube. Also bei Instagram genügt es nicht, den Hashtag zu setzen, da muss noch die Markierung von euch mit rein. Genau, bei Instagram ist sozusagen das Problem, in Anführungsstrichen, wenn man nur den Hashtag verwendet, dann wird der Post zwar ausgespielt, aber der Account-Name nicht. Weil eben aus den Datenschutzgründen das dann eben nicht angezeigt wird. Und wenn man dann eben natürlich sicher gehen will, was natürlich auch schöner ist, wenn man weiß, wo der Post herkommt, dass man dann eben das Bild mit atcomicsalon-er, das ist ja unser Name bei Instagram, wenn man das damit dann markiert, dann wird es auch ausgespielt. Die Aussteller bekommen natürlich alle dann nochmal genaue technische Institutionen, an denen wir gerade arbeiten, weil es ist tatsächlich nicht so einfach, wie man im ersten Moment denkt. Aber der Grundgedanke, weil du auch fragst, ob wir da auch eigene Aktivitäten entwickeln, was der Grundgedanke ist, im Grunde, auch wenn es jetzt nicht nur ein kurzes Live-Event ist, wie der Salon selbst, sondern eine dauerhafte Plattform, der Grundgedanke des Salons ist der gleiche. Nämlich, dass wir eine Bühne bieten für die Aktivitäten der Verlage und das Anreichern mit eigenen Aktivitäten. Also wir haben auch ein Budget zur Verfügung, um zum Beispiel, um Verlage, Aussteller, Künstler und sowas zu unterstützen, Dinge zu produzieren, die über klassisches Marketing hinausgehen. Also wenn beim Salon ein Verlag sein Verlagsprogramm vorstellt in einer Show, dann bieten wir dem dafür eine Bühne, jetzt eine weitere Plattform. Wenn aber ein Verlag, ein Künstler, eine Künstlergruppe auf uns zukommt und sagt, wir würden gern beim Salon eine dramaturgisch ausgefeilte Lesung für einen Theaterraum machen und sowas, dann zahlen wir ja auch beim Salon kleine Honorare für solche Auftritte und sehen das nicht als nur reine Vermarktung, sondern sehen das jetzt nicht als reine Vermarktung eines Buches, sondern sehen das als eigene künstlerische Darbietung. Als Programmpunkt. Als Programmpunkt. Und diese Programmpunkte werden wir auch, wenn Aussteller oder Künstler oder Verlage auf uns zukommen und da was produzieren wollen und unsere Unterstützung dafür brauchen, haben wir da auch ein Budget zur Verfügung, um da Zuschüsse dafür zu zahlen, damit wir auch unseren Anteil dazu beitragen, dass da spannende und interessante Sachen in der Branche passieren können. Aber der Grundgedanke war erstmal nicht den Leuten jetzt noch mehr Arbeit zu machen, sondern eben, dass sie das alle für ihre eigenen Websites, für ihre eigenen Social Media Plattformen produzieren können, ihre eigene Werbung damit machen können und dass man eben als Comic-Interessierter nicht sich die Dinge zusammensuchen muss in den Weiten des Netzes, sondern dass es eine Stelle gibt wie den Salon, wie den realen Salon, wo die ganze Vielfalt mal zusammenkommt. Und geben soll es den, wenn es gut funktioniert, dauerhaft. Das wird ein Bereich unserer Website sein, in den in den nächsten Jahren, wenn es gut läuft, diese Social Media Wall läuft und von uns auch redaktionell betreut wird. Da gibt es eine Firma, die heißt Flipside, kann man ja mal verraten, der eine oder andere möchte vielleicht nachschauen. Das Produkt heißt Flipside. Das Produkt heißt Flipside, nicht die Firma, das Produkt heißt Flipside, mit dem wir da zusammenarbeiten. Und wir bohren das gerade mit unserer, mit der uns betreuenden Agentur noch weiter auf, weil so eine klassische Social Media Wall ist sehr unübersichtlich, noch unübersichtlicher als der reale Salon, der ist ja auch schon unübersichtlich. Normalerweise laufen da ja immer nur die aktuellsten Sachen nach oben rein und wir haben also Wege gefunden, wie das dann doch auch nach verschiedenen Kategorien und Kriterien sortierbar ist, was Social Media Walls normalerweise nicht sind, dass man sich auch ein bisschen gezielter darauf bewegen und sich orientieren kann. Sodass wir schon glauben, dass das eine attraktive, attraktive neue Seite werden kann, wo man zum einen für Comicinteressierte gucken kann, was gerade so los ist. Aber auf der anderen Seite, die man auch Leuten nennen kann, die sagen, was ist denn eigentlich heute Comic und so. Früher hat diese, oder bis zum gewissen Grad erfüllen andere Websites oder haben solche Aufgaben andere Websites auch mal erfüllt. Also ich weiß noch, als im Internet noch nicht so viel los war und der Eckhardt Sackmann noch, die Comic.de-Webseite, die ja jetzt eine klare, redaktionell geführte Comic-Magazin im Grunde geworden ist. Aber das war ja früher, als der Eckhardt Sackmann das gemacht hat, hat da ja auch so Festwerberichte eingestellt und so und hat auch über den Erlanger Salon da berichtet und so. Und da hat man öfter mal, wenn man Leuten, die sich mit Comics, die keine Ahnung davon hatten, was ist eigentlich Comic in Deutschland, konnte man sagen, schauen Sie mal auf Comic.de, da sehen Sie ein bisschen diese Vielfalt. Und sowas stelle ich mir vor, da stellen wir uns vor, könnte das auch werden, dass man auch Leuten sagen kann, die keine Vorstellungen haben, welche Vielfalt, was wir alles unter Comic verstehen, sehen, dass man da vielleicht auch sagen kann, schau da mal hin, da siehst du, was es da so für Verlage gibt, was die so für Aktivitäten entwickeln, was das für eine interessante Kunstform ist. Genau, also man kann sagen, zum Aufbau dieser Plattform oder wenn man auf diese Seite geht, wird es ganz prominent eine Videokache geben, wo dann eben Live-Videos laufen und in den Zeiten, wo es dann eben gerade kein Live-Video gibt, gibt es einfach eine Playlist, die dann da zu sehen sein wird. Und deswegen bitten wir natürlich auch die Aussteller, uns zu sagen, wann sie ungefähr vorhaben, Live-Events laufen zu lassen, damit wir das auch an diesem Wochenende, 11. 12. Juni, Juli auch koordinieren können, damit sich nicht alles sehr bald zu bestimmten Uhrzeiten Genau, wir haben uns nämlich gedacht, also auch wenn das kein Live-Event an sich sein soll, diese neue Social-Media-Plattform, es braucht trotzdem ein spannendes Auftakt, einen spannenden Auftakttermin, um mal die Aufmerksamkeit drauf zu ziehen und den haben wir eben sehr schnell erkannt, dass wir das nicht auf den eigentlichen Salontermin legen können, da hätten wir einen Schnellschuss machen müssen. Das dauert eben doch, sowas technisch so auszubauen und so vorzubereiten, dass es dann auch etwas Sinnvolles, Dauerhaftes ist und das war uns in dem Fall wichtiger, als jetzt unbedingt den Juni-Termin zu halten. Also nochmal für mich, wenn die Rede von einer Plattform ist, dann reden wir von einer Internetseite, die man unter www.comicsalon.de erreichen können wird. Okay, und da haben wir dann eine Übersicht mit ganz vielen Optionen, die ihr jetzt gerade schon angesprochen hattet und ich mache meinetwegen einen neuen tollen Comic-Podcast, kann dann dieses Hashtag drunter setzen und dann vielleicht euch noch markieren und dann könnte es sein oder kommt automatisiert diese Information aus dem Kommentar da rein, wenn ich sie auf allen drei Plattformen setze, kommt sie dreimal in diese Plattform reingespielt. So ist es. Okay. Aber wir können so ein bisschen beobachten, wir haben sozusagen ein vorgeschaltetes redaktionelles Tool, um auch zu verhindern, dass ungewollte Sachen, Werbung da drin auftaucht, Werbung, rassistische, sexistische Äußerungen, politisch zweifelhafte Sachen da passieren, also wir haben schon die Möglichkeit, redaktionell einzugreifen und wenn es Doppelungen und Dreifachungen gibt, die unschön sind, können wir die wieder bereinigen, aber so ist es erstmal, ja. Also erstmal kommt da alles rein, was aus der Szene heraus gewünscht wird, dass es da drin erscheint und ich hoffe auch in Zukunft einige deiner Podcasts. Weil ich es persönlich nämlich auch immer vergesse, eine gezielte Frage noch, wie sieht es aus mit Twitch-Streams? Künstlerinnen und Künstlerinnen zeichnen gerade im Indie-Bereich sehr viel live, man kann denen beim Zeichnen zuschauen und das dann genießen und quasi Teil diesen Produktionsprozess beobachten. Kann man das auch da einspielen? Ja, das wird möglich sein. Auch in dieser Videokachel. Genau, das ist möglich. Das ist live, da kann ich dann quasi, da spielt hier in, von wo auch her immer stammt, da Dinge ein, die man sich live dann quasi 24-7 anschauen kann. Ja. Also in diese Wall laufen die Sachen mehr oder weniger automatisiert rein und diese hervorgehobene größere Videokachel am Anfang, das ist etwas, was wir eben redaktionell bespielen. Das kann da nicht automatisch live, nicht automatisch reinlaufen, sondern da müssen wir wissen, wo was ist, damit wir da quasi eine Playlist machen und die Dinge aussuchen. Also da werden wir eben auch versuchen, die etwas besondereren Dinge auch stärker hervorzuheben. Und wenn man dann auf die Seite kommt, dann hat man sozusagen erstmal die Gesamtheit im Überblick. Also sieht dann erstmal alle Posts, die dort einlaufen und kann sich dann über horizontale Reiter dann auch nochmal auf Unterseiten bewegen. Also es wird einen Bereich Messe geben, wo zum Beispiel die Aktivitäten der Verlage dann reinlaufen. Also zum Beispiel einen Rundgang, Blick hinter die Kulissen, Signierstunden mit den Künstlern. Also alles diese klassische Verlagsarbeit. Buchpräsentationen, Trailer zu Neuerscheinungen. Da soll richtig Werbung gemacht werden. Wie auf einer Messe. Genau. Das ist der Messebereich. Dann haben wir einen Punkt, der wird Programm heißen. Da laufen dann eben alles an Lesungen rein, an Podiumsdiskussionen, Vorträgen. Das Comicfilmfest wird es auch online geben. Und ein weiterer Reiter ist dann eben der Max und Moritz Preis, wo dann eben die die nominierten Filme zu sehen sind und eben auch Interviews mit den Preisträgerinnen und Preisträgern und eine Kategorie natürlich für das Kinderprogramm von Kinder lieben Comics. Dass man sich so ein bisschen auch dann orientieren kann, je nach Geschmack, was man eben, wo man sich gerade für interessiert oder man bleibt eben auf dem, auf der Startseite sozusagen auf dem Alles und lässt sich eben von der Vielfalt und von dem, von dem Großen berieseln. Und es ist tatsächlich sehr niederschwellig. Also man kann sogar per E-Mail, sogar per E-Mail, es wird eine E-Mail-Adresse geben, da kann man Kommentare sogar per E-Mail schicken und die tauchen dann als Kachel auf in dem Stream. Oder auch RSS-Feeds sind auch möglich. Ja. Und das ist also, Flipside hat eben so als Symbol einen kleinen Flipper und wir können dann auch alles, was es im Internet gibt, jede Seite, können wir mit diesem kleinen Flipper sozusagen einsammeln und das dann auch über so eine Kachel dann ausspielen. Okay, müsste ich mal sehen, gerade weil jetzt dieses Kommentar-Thema da angeschrieben wurde. Community. Wie sieht es aus mit Interaktionen? Wird es einen Kommentarbereich geben? Kann man einzelne Beiträge dann kommentieren oder wird man letztlich dann auf meinetwegen original, originären Facebook-Posts zurückgeführt, wo man dann da kommentieren kann? Wie sieht das aus? Ist da irgendwie eine Art Interaktionsmöglichkeit angedacht? Eben beides. Man wird über die Kacheln auf die jeweiligen, auf die Originalbeiträge kommen, aber man kann eben auch per E-Mail Kommentare schicken, die direkt in diese Social Media wohl reinlaufen. Okay, also ich kann mich jetzt aber nicht mit einem Account anmelden und dann als Andi drunter unter die Kachel was schreiben. Nee, das ist nicht möglich. Okay. Also ihr seht es gerade, ich habe das gerade hier eine ausgedruckte Vorab-Version vor mir liegen und das ist tatsächlich vergleichbar so ein bisschen mit der Windows-8-Oberfläche, diese Kacheln, die man halt wirklich von überall her kennt und ich habe den Eindruck, als wäre das auf jeden Fall was, was man schnell versteht und recht übersichtlich ist und ja, ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt, gerade auch so eine gemeinsame zentrale Anlaufstelle. Versuche dazu gab es ja von anderen Stellen, aber keiner dieser Versuche hatte hundertprozentige Objektivität, denn letztlich stand hinter all diesen Versuchen, die ich kenne, ein Verlag oder eben irgendeine Interessengemeinschaft oder, oder, oder und da kann ich doch bei einem Comic-Salon, der quasi stetisch organisiert ist, schon erwarten, dass da eine gewisse Objektivität drin ist. Ich vermute mal, da gibt es dann Sachen, wie gesagt, redaktionelle Betreuung, wo ihr dann ganz klare Richtlinien habt, was darf er erscheinen, was darf er nicht erscheinen, ab wann ist es Werbung, ab wann ist es keine Werbung und so, da wollt ihr wahrscheinlich. Ja, wobei, also Werbung für Comic-Produkte soll es natürlich schon geben dürfen, das ist ja auf der Messe vom Salon auch möglich. Wir werden halt verhindern, dass da Werbung eingespielt wird von Leuten, die mit dem Comic-Szenen und mit Comics nichts zu tun haben, also dass das missbraucht wird, aber Werbung im Sinne von Neuerscheinungen bewerben, Veranstaltungen bewerben, Produkte bewerben, die mit Comics zu tun haben, das soll genauso möglich sein, weil es soll ja auch wirklich Crowdfunding, soll ja der Branche dienen. Es sind im Prinzip die gleichen Richtlinien, wie bei uns auch auf der Messe für die Aussteller. Es darf natürlich nicht jugendgefährdend sein oder irgendwie volksverhetzend oder in der Richtung. Genau, genau. Sehr gut, haben wir jetzt noch Punkte, die wir dazu ansprechen sollen, die ich vielleicht noch nicht auf dem Schirm habe oder wollen wir vielleicht zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs kommen? Haben wir noch alles erwähnt, was wir erwähnen wollen? Auf jeden Fall CSE digital. Als Hashtag. Hashtag merken, auch benutzen vor allen Dingen gerne. Merkt euch das da draußen. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer sind relativ internetaffin. Die kriegen das hin. Tschakka. Zu guter Letzt wollen wir natürlich noch auf ein paar Ausblicke hinaus kommen. Ich habe hier vier Fragen gesammelt, die auch so ein bisschen in ähnliche Richtungen gehen. Wir haben jetzt noch wenige Minuten, die will ich natürlich nicht einfach so verstreichen lassen. Wir hatten vorhin schon kurz auch angesprochen, wie die Kollegen von der Frankfurter Buchmesse ihre Veranstaltung jetzt organisieren, wo natürlich auch große Fragen im Raum stehen. Und der Hock fragt, der Comiczeichner, ganz wichtig, will er wissen, was bedeutet die aktuelle Situation für das Zeltkonzept zukünftiger Jahre? Dürfen wir für 2022 hoffen? Gibt es Chancen für einen Nachholtermin 2021? Ich glaube, die zweite Frage hatten wir schon beantwortet, er nicht. Ich glaube, einen Salon-Nachholtermin wird es nicht geben können. Wir werden uns sicherlich bemühen in den nächsten Monaten, aber das hilft sozusagen den Besucherinnen von auswärts nicht weiter. Wir werden versuchen, das Thema Comic stärker zu spielen in unserem Erlanger ansonstigen Kulturprogramm. Wir werden beim Poetenfest, beim Figurentheaterfest, überall werden wir versuchen, ein bisschen mehr Comics auch zu zeigen. Aber das hilft natürlich demjenigen, der einen Salon besuchen will, nichts. Der wird deswegen nicht zum Poetenfest oder zum Figurentheaterfest willkommen. Was die Zelte anbelangt, das steht natürlich in Sternen, das wüssten wir auch gern. Wir alle wissen ja nicht, wie sich jetzt diese Corona-Krise auf die öffentlichen Finanzen auswirken wird. Das Konzept mit dem Zelten ist einfach mal schlappe 200.000 Euro teurer, als in die Heinrich-Lades-Halle zu gehen. Und die finanzielle Lage der Stadt war zuletzt so, dass sie gesagt hat, das ist für die Stadt so viel interessanter und für die Veranstaltung so viel besser. Und wenn man sowieso schon einige 100.000 Euro investiert, gibt man doch lieber noch 200.000 Euro mehr, um die Veranstaltung so aufzuwerten und so viel interessanter zu machen für die Stadt. Ob das die Stadtväter und Mütter, wie man ja heute sagen muss, ob das die Stadtväter und Mütter in zwei Jahren auch so sehen werden, wie sich die städtischen Finanzen entwickeln, wie Gewerbesteuereinbrüche sind und so weiter, das können wir alle noch nicht prognostizieren. Der politische Wille, das zu machen, ist da. Es gibt auf der anderen Seite einen anderen Aspekt, mit dem wir uns sicherlich auch beschäftigen müssen und das ist die Frage des Klimaschutzes. In Erlangen ist die Fridays for Future-Bewegung sehr stark und Erlangen hat im letzten Jahr den Klimanotstand ausgerufen und das heißt, dass alle Stadtratsentscheidungen auch nicht nur vor dem finanziellen Hintergrund, sondern eben auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf das Klima zu befragen sind. Und da ist dieser, das interessanterweise war dieser Beschluss, den Klimanotstand auszurufen, in derselben Stadtratssitzung wie der Beschluss, dass der Salon 2020 wieder in Zelten stattfinden darf und das ist natürlich in der Stadtratssitzung schon heiß diskutiert worden und wir haben gesagt, ja, wir werden das also in diesem Jahr, 2020, werden wir das von Profis begleiten lassen, die den CO2-Fußabdruck des Comicsalons ausrechnen und uns den Unterschied ausrechnen können oder die klimatischen, den stärkeren klimatischen Schaden, der mutmaßlich durch die Zelte entsteht, wie wenn man in eine bereits bestehende Halle geht, weil natürlich die Klimatisierung von Zelten mehr Energie verbraucht als von einem festen Gebäude und weil schlappe 20, 30 Tieflader durch die Stadt, durch Deutschland fahren und das Material herankarren. Auf der anderen Seite, womöglich wird das auch überschätzt, was diese klimatischen Auswirkungen der Zelte anbelangt und man muss sagen, Veranstaltungen an sich haben natürlich immer einen CO2-Fußabdruck und man muss immer abwägen, wie wichtig ist einem eine bestimmte Veranstaltung und was tut man, um die klimatischen Auswirkungen zu kompensieren. Sonst müsste man ja sagen, man lädt zu Theaterfestivals keine Gruppen mehr aus dem Ausland ein, man beschäftigt sich nicht mehr mit Kulturen, die nur mit Flugreisen zu erreichen sind und so, das sind ja auch alles Dinge, die wir nicht wollen. Wir wollen uns ja mit der Welt beschäftigen, also die Globalisierung und die Beschäftigung mit anderen Kulturen und sowas ist ja uns auch etwas ganz, ganz Wichtiges und das muss halt das darf ja nicht ausgespielt werden gegen den Klimaschutz, sondern muss ja irgendwie miteinander abgewogen werden. Aber das wird sicherlich auch eine Debatte sein, die wir zu führen haben und vielleicht finden sich ja auch Wege, die klimatischen Auswirkungen, die diese Zelte für die CO2-Billionz eines Festivals haben, in irgendeiner Weise zu kompensieren und dadurch das dann eben wieder auszugleichen, was man mit den Zelten an klimatischen Auswirkungen anrichtet. Aber das sind also die Finanzen der Stadt, die unklar sind, wie die in zwei Jahren sein werden und wie man mit dem Thema Klimaschutz umgeht, das ist zu diskutieren. Dass die Stadträte das wollen, das ist gar keine Frage. Auch unklar, allein schon die Situation, wie in einem Jahr die Situation mit Großveranstaltungen auch ist und so, das ist ja auch alles offen. Mit zwei Jahren, selbst wenn. Ja, das kommt dazu. Im nächsten Jahr haben wir, wie besprochen, das Figurentheaterfestival. Ob man da hunderte von Menschen in Theater setzen kann, wissen wir auch noch nicht. Jetzt wird vieles wieder möglich, aber was sicherlich lange Zeit nicht möglich sein wird, ist kleine Studiobühnen, ist Menschen, Massen in Messehallen und so weiter. Ja, sicher, klar. Alles schwer vorstellbar, hängt sicherlich auch damit ab, ob man dann Medikamente und Impfungen erfindet und so weiter. Der Blick in die Zukunft fällt uns verhältnismäßig schwer, wir sind aber positiv gestimmt, was den Comicsalon Erlangen CSE Digital Hashtag CSE Digital betrifft, wo glaube ich echt viel teiler Scheiß auf uns zukommt und deswegen sind auch die Fragen, die Jens Kasper, Sascha Dörp gestellt haben und auch Torsten Krings, die alle so ein bisschen in die Richtung gehen, wie sieht es aus mit Zelten, wie sieht es aus in zwei Jahren, geht es ja wieder zurück in die Halle, wie sieht es aus mit einer Verschiebung und auch Konkurrenz eben dann nächstes Jahr mit München und so. All das kann wir letztlich jetzt hier schon beantwortet, Torsten Krings fragt generell noch, aber auch da wird es vermutlich noch keine konkretere Aussage geben, für ihn stellt sich die Frage, ob es da nun konzeptionelle Veränderungen geben soll, ob das Kernkonzept, meinetwegen die Ausrichtung des Salons, ob da irgendwelche Änderungen angedacht waren oder sind oder eben nicht. Das müsste man jetzt vertiefen, wo er die Schwächen gesehen hat. Wir fanden, dass wir natürlich mit dem Comicjournalismus zum Beispiel ein wichtiges und großes Thema das letzte Mal hatten, wir hätten in diesem Jahr uns sehr stark mit dem Thema Feminismus im Comic beschäftigt, wir hätten uns eben mit Comics aus Afrika befasst, wir hätten aber mit Enrico Marini auch einen Star des klassisch franco-belgischen und des US-amerikanischen Comics da gehabt. Sicher, für Leute mit speziellen Einzelinteressen wird es immer in ihrem Interessensbereich zu wenig geben. So sieht es aus. Das ist das Problem. Wir versuchen, eine Bandbreite abzudecken, was den Vorteil hat, dass man eine Vielfalt erleben kann, dass man kommen kann und wirklich erlebt, was Comics so alles sein kann. Das kann man sicherlich auch als Schwäche für denjenigen auslegen, der einen Special Interest hat und sagt, was interessieren mich diese Comicjournalismus interessiert mich nicht so sehr, ich bin eher klassisch orientiert oder ich bin amerikanisch orientiert oder mangelorientiert. Insofern große konzeptionelle Änderungen sehe ich im Grunde jedes Jahr, weil wir jetzt schon immer wieder Schwerpunkte entwickeln. Aber von diesem Konzept einer Versuche, eine Brücke über die verschiedenen Sparten des Comics zu bauen, das ist eine Grundkonzeption, an der wir jetzt nicht gerüttelt hätten in diesem Jahr und auch in Zukunft eigentlich nicht rütteln wollen. Aber vielleicht fällt dir eine konkrete Frage hätte ich nämlich als Typ, der regelmäßig mit ziemlich vielen Batman-Symbolen auf sich rumläuft. Das Thema Cosplay spielt in Erlangen und auch in München quasi keine Rolle. Warum ist das so und gibt es da vielleicht auch Ideen zu? Wir sind da auch an die Szene herangetreten und hatten auch in diesem Mal wieder den Wunsch, dass es hier eine Art Vorentscheid gibt. Das war vor zwei Jahren nicht möglich, irgendwie aus Termingründen, da lagen wir irgendwie zu spät und da wusste man auch noch nicht, wie wird es mit den Gegebenheiten, ist das irgendwie möglich im Schlossgarten, wo kann man sich umziehen, sowas, was natürlich in einer Halle einfacher ist. Wir waren dieses Jahr auch wieder im Gespräch und da hat es aber leider auch nicht funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die genauen Hintergründe, aber es ist nicht so, dass uns das Thema egal wäre. Wir versuchen da schon auch eben die Manga-Szene und auch die Cosplay-Szene mit einzubinden. Also ich glaube, man müsste sich intensiver mal damit beschäftigen, was es für verschiedene Cosplay-Arten auch gibt. Für jemanden, der mit Batman-Symbolen herumläuft, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt jemand, der sich für Anime-Cosplays interessiert, in demselben Maße wahrscheinlich. Tatsächlich haben wir früher mit Animex einiges zusammen gemacht. Animex hat sich auch ziemlich verändert, da gab es eben auch auf den Bühnen am Vorplatz von der Messe, gab es diese Vorentscheide zu der Deutschen Meisterschaft und sowas und dann Cosplay-Shows, die wir auch mit dem hiesigen Comic-Händler, dem großen Ultra-Comics zusammen gemacht haben, der da ganz gut vernetzt ist in der Szene, auch mit Ultra-Comics haben wir in dem Jahr wieder drüber gesprochen, die haben auch gesagt, das ist komplizierter geworden, diese Szene und noch spezialisierter auf bestimmte große Ereignisse und da kommt glaube ich auch das wieder zum Tragen, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn man natürlich ein sehr spezielles Interesse hat, dass dann ein Festival, was versucht alles abzudecken, in diesem Spezialgebiet vielleicht nicht genügend Sensationen zu bieten hat, um deswegen hierher zu kommen. Wir müssten zweifellos mehr für das Manga- und Anime-Publikum tun, um für die ein Hotspot zu werden und dass man dann auch wirklich viele Menschen in Kostümen sehen kann, worüber wir uns ja alle freuen, das ist ja eine wunderbare Inspiration, wenn man im öffentlichen Raum die Menschen in Kostümen sieht, aber man, aber das, solange wir eben da keine großen Ereignisse zu bieten haben in dem Bereich, wird es halt ein vereinzeltes Phänomen bleiben und die großen Ereignisse finden halt auf der Animagic statt oder auf anderen Spezial-Events und da haben wir, da ist es nicht, kann es nicht unser Ziel sein, mit denen irgendwie gleichzuziehen oder Leipzig und so. Vielleicht wäre es in dem Jahr, wenn wir hätten stattfinden können, aber Leipzig nicht und sowas, wäre es vielleicht einfacher gewesen, aber jetzt finden wir alle nicht statt. Aber da wäre ja natürlich auch sehr wünschenswert, wenn alle sich trotzdem verkleiden, Fotos machen und unter Hashtag CSEDigital auf unsere Plattform einfließen lassen und vielleicht lässt sich dadurch ja auch eine Art Wettbewerb dort stattfinden. Ja, mal überlegen, vielleicht rufen wir einen aus. Ja, genau. Ich habe auch schon Konzepte gesehen, wo sich Leute zu Hause in Videoform kurz in ihrem Kostüm präsentieren und dann da Möglichkeiten, da bietet sich das mit dem Hashtag CSEDigital ja wirklich ja mega an. Fantastisch. Mal überlegen, ob wir einen Preis ausloben. Das wäre auch eine Idee. Preise sollen super gut laufen. die wir hier, dass wir einen Preis ausloben auf unserem digitalen Salon. Eine kleine Jury bilden. Ja. Ich nehme das mal als Inspiration aus dem Gespräch mit. Und um natürlich auch noch Werbung zu machen, es wird auch natürlich die Plakate geben zum Comicsalon. Die waren auch schon soweit fertig, als wir ihn absagen mussten und wurden jetzt sozusagen nur im Titel geändert, eben nicht internationaler Comicsalon, sondern digitaler Comicsalon und dann eben ab 10. Juli. Die wird es dann auch dann geben mit 10 verschiedenen Motiven und es wird auch T-Shirts geben und Leniats. Ja, ja. Ein bisschen was für die Fans wollen wir schon noch bieten in dem Jahr. Sau cool. Da freue ich mich tierisch drauf und freue mich auch tierisch, wie gesagt, auf die Digitalausgabe. Das klingt nach einem wirklich Konzept mit Hand und Fuß und ich bin auch gerade auf die Details sehr gespannt. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch gewesen zu sein, also hier vorbeikommen zu dürfen, gedurft zu haben. Naja, ihr wisst, was ich sagen will. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Annika, Bodo, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch jetzt vor allem ein schönes Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.